Das ist Johnny, mein neuer Bruder. Haben Geschwister nicht eigentlich dieselben Eltern? In diesem Fall scheinen Johanna und Johnny nicht viel gemeinsam zu haben. Ist das deine Mutter? Ich glaube, Mama gefällt es, dass wir eine neue Familie haben. Ich habe gehört, dass Johnny ein wirklich netter Junge ist, der sich für Musik- und Modellfunkzeuge interessiert. Und außerdem... Ist du bereit? ...öfter mal Kopf und Kragen riskiert. Er ist mutig, super mutig. Er ist super bescheuert. Und dann kommt dann nur, du und ich, wir sind sehr unterschiedlich. Ich hatte mir das anders vorgestellt, einen neuen Bruder zu bekommen. Ich denke... Johnny und Johanna. Immer mittwochs, 20.15 Uhr im Kika.